Wir brauchen was Schriftliches von einem Arzt mit Röntgenaufnahme und allen Pipapo von Ihrem Herzklappenfehler. Ja, und da? Ja, da bin ich da. Keine Angst. Und was ist mit meiner Tochter? Ich meine, wenn die jetzt erfährt, dass ich mit Ihnen doch ins Geschäft gekommen bin? Die wird Rotz und Wasser heulen, wenn sie erfährt, dass sie wie durch ein Wunder gerettet worden sind. Und zwei Hektar Bauland sind auch nicht zu verachten. Geht's noch? Ja. Noch ein Stückchen weiter? Oh Schande, was will denn der hier? Der Herr Armbruster. Dem hat die Madonna das Kalb geheilt, Felicitas. Hallo, Schwester. So. Hier ist die Stelle, wo ich mein Wunder erlebte. Mit dem Ischersnerv. Ja, Sie müssen sich schon hinknähen, sonst wird das nichts. Wie lange meinen Sie, dass das dauert? Zwei, drei Stunden müssen Sie schon rechnen. Also, viel Glück. Ja, Herr Wöller. Ja. Was ist denn der Baugrund? Eins nach dem anderen. Zuerst brauchen wir das Wunder. Also, strengen Sie sich an. Ja, wir müssen wir das Wunder. Dann müssen wir die Verteidigung schrubben. Wir müssen die Verteidigung schrubben. Und dann müssen wir das hier. Wir müssen die Verteidigung schrubben. Untertitelung des ZDF, 2020